Rote Rosenstar, Birte Wolter ist erstmals Mutter geworden. Retros-Schauspielerin Birse Walter hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die 43-Jährige sah ihrem Sohn Momme unendlich dankbar. Zuvor beschrieb sie die Geburt eines Kindes aufgrund ihrer beiden Diagnosen als Wunder und wurde im Alter von 43 Jahren zum ersten Mal Mutter. Oktober einen kleinen Jungen zur Welt, wie sie auf Instagram bekannt gab. Der Retros-Star brachte am 18. Sie gab bekannt, dass sie ihr Baby vor der Geburt im Juni Momme getauft hatte. Neben der erfreundlichen Nachricht teilte Walter auch ein Foto der Füße seines neugeborenen Babys. Auf einem anderen Foto ist ihr Sohn in eine bunte Decke gehüllt. Barte Walter, das weiß ich wirklich zu schätzen. In der vergangenen Woche hast du mein Leben auf eine Weise bereichert, die ich mir nie hätte vorstellen können. Meine Liebe zu dir, meine Mutter Ist schon jetzt unermesslich. Sie freut sich über ihren Nachwuchs. Unter diesem Beitrag finden sich zahlreiche Glückwünsche von Walters engem Freund Jochen Schropp, 45, und anderen. Die Moderatorin ist auch Pate des Babys, wie sie der Zeitschrift Bunte sagte. Die süßeste Wunder Mama, kommentierte der Schauspieler mit zwei roten Herzen. Ihr Ex-Partner Jan Hartmann, 44, wünscht ihr alles Gute. Willkommen auf der Erde und viel Spaß beim Kennenlernen. Auch, dass es dir gut geht. Werden sie trotz ihrer Hindernisse schwanger. Walter gab ihre Schwangerschaft im Juni in einem gemeinsamen Post mit Schropp bekannt. Sie sagte gegenüber der Zeitschrift Bunte, dass die Tatsache, dass Walter auf natürlichem Weg schwanger werden konnte. In einer Fruchtbarkeitsklinik wurde bei mir Endometriose und Adenomyose diagnostiziert. Für sie ein Wunder sei. Die Ärzte sagten ihr, dass es sehr schwierig sei, ein Kind zu bekommen. Doch eine künstliche Befruchtung kam für sie nicht in Frage. Es ist nicht bekannt, wer der Vater des Babys ist. Wie Schropp jedoch in einem gemeinsamen Interview verrät, sei der Schauspieler völlig zufrieden mit der Person. Schropp wusste schon vor Walter's Lebensgefährtin, dass ihnen die Geburt des Babys Glück bringen würde. Mit der er derzeit Kinder hat.